Hallo ihr Lieben, in dieser Folge möchte ich mal über das Treffen in Davos sprechen. Ich hatte ja gesagt, dass ich auch mal ein paar andere Themen mit einbringen möchte, die eben nicht nur mit okkultem Wissen zu tun haben, was ich auch vorher schon gemacht habe, immer mal wieder. Ja, und jetzt war ja dieses Treffen vom World Economic Forum in Davos, wo die sich dann immer treffen, also die großen, ja, die großen, großen Firmen, Giganten der Erde treffen sich dann mit irgendwelchen Politikern oder Marionetten, nennt sie wie ihr wollt, ja, die Leute, die letztendlich dann über unsere Köpfe hinweg, über unser Wohl und Unwohl irgendwelche Entscheidungen treffen. Ja, darüber möchte ich heute reden und wir fangen gleich an. Heute gibt es kein Intro. Was ich schon mal total lustig finde, ist letztendlich die Überschrift dieses Treffens, ja. Um es mit Klaus Schwabs Worten zu sagen, Rebuilding Trust. Ja, das ist das Motto, also Vertrauen wieder aufbauen. Ja, und das wird dann eben von Montag bis Freitag einfach mal so alles besprochen. Das ist natürlich super. Und was da so im Einzelnen besprochen wurde und wird, ja, wir wissen immer nur so Überschriften, ne. Das ist ja auch so ein Thema. Ja klar, da werden auch irgendwelche Sachen nach außen getragen oder dann gibt es halt für die Medien da irgendwelche Berichte und Zusammenfassungen, die letztendlich alle überhaupt keinen Wert haben. Es ist und bleibt ein geheimes Treffen. Das muss man einfach so direkt sagen. Weil wenn es öffentlich wäre, dann könnte man ja alles nachvollziehen am Ende des Tages. Kann man ja nicht. Oder weiß ich da vielleicht irgendwas nicht. Oder irre ich da vielleicht. Gibt es da irgendwo doch komplette Aufzeichnungen von diesen Treffen? Oder ist das doch dann alles eher vertraulich? So wie es auch in etwaigen Geheimgesellschaften der Fall ist. Ja, wo man sich dann im Verborgenen trifft, um dann über was zu reden? Über irgendwelche unwichtigen, esoterischen, schwachsinnigen Theorien? Hm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich geht es da um Dinge, die niemanden etwas angehen. Zumindest nicht aus der normalen Bevölkerung. Ja, angeblich sollen ja über 200 Veranstaltungen oder Live-Übertragungen im Internet dann angesehen werden können. Wo dann auch Gäste mit neuen Vorschlägen dann mitdiskutieren können. Was so dann die Bereiche angeht. Globale Sicherheit, Handel, Wirtschaftswachstum und so weiter. Klima, Naturschutz, Energiewende und so weiter, technologische Umwälzung und was es dann hier alles gibt. Gesundheit, Wohlempfinden, Pharma-Lobby und ja, der ganz andere Scheiß, den eigentlich niemand interessiert, der uns aber aufgedrückt wird. Und die, die es interessiert, die sind natürlich höchst besorgt um den Fortbestand der Bevölkerung, der Menschheit und der Erde. Die runde Erde, die sich in Wahnsinnsgeschwindigkeit um die Achse dreht und durch das Weltall rast. So, genau. Das wollte ich nur nochmal kurz anmerken. Ja, und letztendlich, was besprechen die da? Wahrscheinlich eher könnte man sagen, was planen die da? Es geht ja nicht darum, irgendetwas zu verhindern oder an etwas zu arbeiten, was dann irgendwie, ja, dazu dient, dass bestimmte schlimme Dinge nicht passieren. Wozu? Warum soll man denn Angst haben vor irgendwelchen schlimmen Dingen? Man geht halt mit Situationen um, wenn sie kommen und wenn man etwas erahnt, dann kann man da auch schon im Voraus irgendwie was machen. Aber das ist ja immer so ein Riesen, das wird ja immer so aufgebauscht. Diese Themen sind ja so gigantisch groß. Das macht ja gar keinen Sinn. Was hat denn da so ein Wirtschaftsgigant ein Interesse daran, zum Beispiel die Meere von Plastik zu befreien, wenn er daran nicht verdient? Das muss man ganz klar sagen. Es geht ja immer um Verdienst. Es geht ja um Gewinnmaximierung. Es ist ein Wirtschaftsforum und keine Gemeinschaft von netten Menschen, die im Wald rumlaufen und Müll einsammeln oder sowas. Ja, Themen sind natürlich Kriege, Ukraine und jetzt auch der Nahe Osten und mögliche weitere Pandemien. Ja, Great Reset. So, das ist halt wieder, ne? Also wahrscheinlich hat es noch nicht ganz geklappt. Da muss man nochmal nachlegen. Oder aber es haben dann doch am Ende, hat es dann doch nicht genug hingerafft. Aber es sind jetzt natürlich alles so Schwurbeleien, die ich hier betreibe. Das ist ja klar. Es ist Satire. Bitte nicht falsch verstehen, meine Lieben. Es ist einfach nur Satire. Ja, Klimawandel, wie auch immer. Was für ein Wandel? Es gibt ja so viele Dinge, die sich immer wandeln. Und ja, da kann man natürlich auch mal nachfragen, wie geht es dem Klima eigentlich, ne? Geht es dem Klima gut? Ja, Cyberattacken, das ist auch ein ganz, ganz besonderes Thema. Hat bisher keine Sau interessiert. Hat auch kaum jemanden betroffen. Aber das muss jetzt kommen. Jetzt langsam muss diese Bedrohung kommen, damit die Menschen auch erkennen, dass Cyberattacken eigentlich das Schlimmste sind, was uns zu erwarten hat. Ja, also nicht irgendwelche großen Big Tech Giganten, die versuchen, alles zu privatisieren oder Wasser aufzukaufen oder was auch immer. Das ist nicht das Problem. Es sind Cyberattacken, meine Lieben. Es sind Cyberattacken. Und da greift dann auch das andere Thema, was ihnen scheinbar sehr wichtig ist, nämlich die Wirtschaftslage und auch die Zukunft der Banken. Naja, was soll ich darüber sagen? Also das sind eigentlich auch alles Sachen, die ihr wisst. Ich mache das auch eher so zur Unterhaltung, zum Spaß. Ja, ich will euch nicht unten halten, deswegen die Unterhaltung. Überhaltung, zur Überhaltung, zum Spaß. Eine kleine, eine kleine, ja, Narreneinlage, um das ganze Thema vielleicht auch ein bisschen aufzulockern. Und ein paar Sachen, ja, mehr direkter sehen zu können vielleicht auch, ne? Ja, das ist natürlich so. Mittelmäßiges Wachstum, hohe Zinsen, politische Risiken, Nachwirkungen der PAN, EMI und steigende Schulden. Ja. Oh, ich lese gar nichts von Inflation. Komisch. Moment mal, Inflation muss auch irgendwo stehen. Ich gucke nämlich hier gerade parallel in so einen Bericht rein und ich habe jetzt schon so viele verschiedene Berichte von den offiziellen Mainstream-Medien und auch von den Alternativen, die habe ich mir angeguckt. Und interessanterweise wird ja in den Mainstream-Medien immer gesagt, diese Treffen, die bringen ja gar nichts. Also die sind komplett sinnlos und nutzlos. Das finde ich interessant, dass sie das so sagen und ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, ungefähr drei Sekunden und dann ist mir klar geworden, warum sie das sagen. Es ist ein weiteres Framing, in dem sie den Leuten erzählen, naja, dieses Treffen, das nutzt ja niemandem was. Die kommen auch zu nichts. Da werden auch keine Entscheidungen gefällt. Da passiert nichts. Das ist einfach nur laberer Barber von irgendwelchen superreichen, dekadenten, fettwanzigen Leuten, die nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen. Aus langer Weile und aus lauter Philanthropie gehen ihnen die Ideen aus und dann überlegen sie halt, was sie sonst noch mit ihrem Geld tun können, wie sie den Menschen und den Lebewesen helfen könnten. Ja, mir würden da sehr viele Dinge einfallen, aber das wären so ganz andere Sachen. Naja, egal, das fangen wir jetzt gar nicht an, das Thema. Aber das finde ich eben interessant, weil es ist ja letztendlich eine Art Framing. Da passiert nichts. Da gibt es nichts zu sehen. Hier ist heute nichts. Hier passiert jetzt nichts. So, auch nächstes Jahr passiert hier nichts. Die eiern nur rum. Und das ist eben die Frage. Eiern die wirklich nur rum? Ist das wirklich alles nur Gesabbel? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass dort tatsächlich über unser aller Köpfe Dinge entschieden werden, zusammen mit Politikern. Dass sich diese Wirtschaftsgiganten zusammensetzen mit eben den Politikern, damit die Politiker bestimmte Interessen der Wirtschaftsgiganten durchsetzen, politisch. Ich denke, das wird dort alles geplant. Ja, gut. Wir wissen nicht, was bei den Bilderbergern noch geplant wird. Treffen die sich eigentlich noch? Naja, egal. Anderes Thema. So, und da redet auch übrigens gar keiner mehr drüber, ne? Großartig. Oder habe ich eigentlich in letzter Zeit weniger gehört. Müsste ich mal recherchieren. Da könnte ich auch nochmal was zu machen. Ja, und dann standen auch im Raum die Beendigung der Kriege im Gazastreifen und der Ukraine. Ja. Da gibt es auch ganz einfache Lösungen, das ganz schnell zu beenden, indem man da gar keine Waffen mehr reinliefert. Aber das ist ein anderes Thema. Das darf man ja auch wieder nicht sagen, glaube ich. Wie gesagt, Satire. Satire. Ja, und es geht wohl auch darum, ein besseres Verhältnis zu China aufzubauen. Ja, und China ist ja ein Verbündeter Russlands. Und da versuchen die jetzt irgendwie auch rumzuklüngeln und sich dann irgendwie wieder auszusöhnen vielleicht auch, ne? Aber ich finde ja, dass, wie gesagt, das Hauptthema Vertrauen zurückgewinnen, ja, Rebuilding Trust, um es nochmal gesagt zu haben. Ich höre es immer wieder in meinem Kopf, diese Klaus-Schwab-Stimme, ganz furchtbar. Ich habe sogar Albträume von diesem Mann schon gehabt. Und er erinnert mich so ein bisschen an Palpatine, ja? Der Imperator von Star Wars. Vielleicht liegt das auch an seiner komischen Kutte, die er immer trägt. Ich weiß nicht, ob er Star Wars-Fan ist oder ob vielleicht George Lucas da vielleicht von der anderen Seite was abgeguckt hat. Man weiß es nicht. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Und was ich aber auch spannend finde, wie gesagt, dieses Vertrauen zurückgewinnen heißt ja, wir haben denen unser Vertrauen, wir haben das Vertrauen verwirkt bei denen, bei denen, bei der Bevölkerung, bei uns. Und jetzt müssen wir das Vertrauen wieder aufbauen, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Vertrauen zurückgewinnen heißt ja, sie haben unser Vertrauen nicht mehr. Woran mag das wohl liegen? Also, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja eigentlich immer eher weniger negativ darüber berichtet. Also könnte es vielleicht doch daran liegen, dass die Alternativmedien darüber sehr viel berichtet haben im negativen Sinne. Aber das kann ja gar nicht sein. Das würde ja bedeuten, dass ja schon bereits eine kritische Masse erreicht wäre, die das Vertrauen in solche Organisationen wie das WEF schon verloren haben. Oh, kann es vielleicht sein, dass wir vielleicht schon eine kritische Masse erreicht haben und uns das gar nicht bewusst sind, mit der wir vielleicht schon etwas bewegen könnten? Ach ja, und dann kommt ja das Ding mit der AfD. Fällt mir noch ein, das könnte man, das kann ich hier noch mit dranhängen. Das passt ganz gut zu dem WEF. Dann schauen wir doch mal, gab es eigentlich Leute von der AfD beim WEF-Treffen? Das werde ich jetzt mal ganz kurz nachschauen. Moment. Ja, konnte ich jetzt auf die Schnelle nichts zu finden. Vielleicht habt ihr ja was dazu gefunden. Das würde mich mal sehr interessieren. Aber ihr wisst ja, ich halte ja von Politikern und Politik im Allgemeinen nicht so viel. Und ich finde auch, ja, ich will jetzt gar nicht zu weit ins Politische gehen. Aber am Ende sind ja nicht die Politiker, die die Entscheidungen treffen, sondern über denen steht ja noch wer anderes. Das Europäische Parlament, das steht ja dann letztendlich über den Parteien. Und da drüber steht dann die NATO und da drüber steht dann die UNO und da drüber steht dann das WEF. Und da hört es dann auch irgendwann auf. Eventuell, eventuell aber auch nicht. Naja, ja, vermutlich nicht. Und da fragt man sich natürlich, ja, Vertrauen aufbauen. Wo wurde denn das Vertrauen? Mir fällt überhaupt gar nichts ein, wo uns jemals irgendwo Politik, Wirtschaft, die Giganten uns irgendwo mal enttäuscht hätten. Deswegen, also Vertrauen aufbauen. Ach, stimmt. Moment mal, da gab es noch. Ach nee, das war ja alles legitim, was da passiert ist, diese drei Jahre, diese besagten. Das wird auch so ein bisschen totgeschwiegen. Und da redet auch kaum noch jemand drüber, weil es so unangenehm ist. Will man das etwa wieder irgendwie hochkochen, aufarbeiten, Vertrauen gewinnen, vielleicht bessere Kampfstoffe, ich meine Impfstoffe herstellen, die dann ja auch versprechen, was sie halten, halten, was sie versprechen. Und was ich auch spannend fand, war der Titel Wachstum und Arbeitsplätze für ein neues Zeitalter schaffen. Was heißt denn das schon wieder? Wachstum und Arbeitsplätze für ein neues Zeitalter schaffen. Für wen? Für irgendwelche Androiden? Ja, das stimmt. Da müssen wir uns ja auch langsam mal Gedanken drüber machen. Was machen wir mit arbeitslosen Droiden? Ja, verschrotten oder vielleicht irgendwo kriegen die dann auch Bürger, ach nee, die brauchen ja, obwohl die brauchen Öl oder sowas, damit die nicht rosten. Also irgendwie musste ja irgendjemand sich um diese armen künstlichen Intelligenzen mit Androidenkörper, da muss sich ja auch irgendjemand dann am Ende drum kümmern. Vielleicht sogar, und das wäre mein Vorschlag für Davos 2000, wann auch immer, wann das nächste Treffen ist, nächstes Jahr glaube ich, ist das jedes Jahr, ich glaube ja, vielleicht psychologische Einrichtungen für geschädigte Androiden mit KI. Das wäre mal, das ist vielleicht auch ein Job für die Zukunft. Jetzt mal ganz realistisch gesprochen, das sind ja alles solche Themen, die ja in diese Richtung gehen und natürlich haben wir auch dann noch das Klimathema. Klima, ganz wichtig, wir sehen ja draußen, es ist kalt und das im Winter. Das kann man sich nicht ausdenken. Ich finde es sehr bedenklich, diese Temperaturen machen mir Angst. Ich muss tatsächlich, es ist Winter und ich muss mir Kleidung anziehen. Und das wiederum, meine Lieben, bedeutet ja auch, Kleidung wird hergestellt, CO2 und so weiter. Das ist ja alles, und das könnten wir alles eindämmen, wenn wir hier mehr Hitze hätten, Wärme. Ach nee, Moment mal, es ging ja in die andere Richtung, warte, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Und genauso wird das da auch laufen. Ja, genauso wird das auch da laufen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sogar ganz lustig sein könnte, da bei so einem Treffen teilzunehmen. Dass die Gespräche ja, weiß ich nicht, ich hörte sogar mal, das ist jetzt nur ein Gerücht, meine Lieben, ich will hier nichts sagen, was irgendwo, ne. Das ist nur ein Gerücht, dass sehr viele Prostituierte dort in diesem Hotel angeblich gemietet, für dieses Hotel gemietet worden sind oder in dieses Hotel gegangen sind, weil sie dort gemietet worden sind. Ja, klar, ist logisch, bei so einem Treffen bietet es sich natürlich auch an, dann seine Partnerin zu hintergehen oder seinen Partner. Das würde ich auch so machen. Wenn ich jetzt so ein Typ wäre, wie diese Leute, die brauchen ja auch Ausgleich im Seelischen. Du hast ja irgendwo so eine unglückliche Hausfrau zu Hause, die du so gut wie nie siehst und deine Kinder auch nicht, weil du bist ja immer auf Geschäftsreise mit Bill Gates und den ganzen anderen Leuten. Und da habt ihr ganz wichtige Dinge zu tun, wie Golfen, irgendwo im Pool rumliegen, keine Ahnung, 14-jährige Mädchen, ach nee, das sind ja dann die geheimen Sachen. Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Da braucht man natürlich einen Ausgleich, gerade wenn man so anstrengende Tage hinter sich hat, mit viel Essen und viel Alkohol trinken wahrscheinlich auch. Das ist anstrengend, das ist verdammt nochmal anstrengend. Und da hat man doch als Mann oder Frau oder irgendwas dazwischen, 72-geschlechtermäßig, hat man doch das Recht, verdammt nochmal, auch mal irgendwo ordentlich die Flöte geputzt zu bekommen. Das ist auch nicht sexistisch oder so, weil man sorgt ja für Arbeitsplätze. Das übernehmen dann in Zukunft übrigens auch irgendwelche Androiden. Da freue ich mich übrigens schon drauf. Keine Krankheiten mehr. Du kannst einfach ohne Gummi da rein. Herrlich. Naja, egal. Ja, und dann liest man ja auch sowas wie hohe Zinsen, politische Risiken, Nachwirkungen der Pandemie und steigende Schulden. Ja, das betrifft natürlich die Eliten alles nicht, weil, nicht weil sie so viel Geld haben, sondern weil sie eben so philanthropisch sind und dadurch wiederum ja von dem großen Baumeister aller Welten dann ganz viel Liebe zurückbekommen und deswegen auch beschützt sind vor all dem Schlechten in der Welt. Moment mal, was sie selbst produzieren. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich denke, dieses Ding mit den Nachwirkungen, was für Nachwirkungen, also die Wirkungen, die Wirkungen der Dinge, die man den Leuten gegeben hat oder die Nachwirkungen von den Dingen, die die Leute bekommen haben und jetzt darunter leiden. Ach, das wird mir nicht ganz klar, aber ich denke, irgendwie sowas wird da gemeint sein. Vielleicht hängt das ja auch mit dem Lastenausgleichgesetz zusammen, was ja dann in Kraft tritt, wenn eine gewisse Überstürklichkeit erreicht ist. Ja, und dann kann der Staat eben auch mal einfach Leute enteignen. Das wurde ja alles auch vor der Pandemie abgewunken beziehungsweise abgesegnet. Und also hat da alles gut gepasst. Ich finde sowieso, viele Dinge passen immer so unglaublich gut. Das ist aber, wie gesagt, es gibt ja keinen, es sind ja Zufälle. Das ist ja so zufällig, wie auch das Universum einfach zufällig irgendwie entstanden ist. So zufällig entstehen ja auch diese Dinge. Ja, man erinnere sich an das Event 201, wo alles schon mal durchgegangen wurde. Natürlich nur rein hypothetisch und zufälligerweise exakt dann später genau das eingetroffen ist, was dann da diese besagten drei Jahre uns alle betroffen hat und schwer geschädigt hat auch viele. Ja, natürlich der Sondergast der Sendung beziehungsweise des Treffens, dieses, was auch immer, der Selbstbeweihräucherung der superreichen Philanthropen soll auch eben der milliardenschwere Microsoft-Gründer Bill Gates. Ja, super, toll. Wir freuen uns alle über diesen Mann. Ich kenne ja wirklich niemanden, der noch philanthropischer ist als Bill. Ja, der Name Bill alleine schon, Bill Gates, das ist ja eigentlich ein Pseudonym für Philanthropie, für Nächstenliebe und so weiter. Unglaublich, ganz, ganz groß. Grüße gehen an dieser Stelle raus an den besten Freund von Bill Gates, nämlich Farid Bang. Ja, ich glaube, der hatte mal im Video gesagt, dass er Leute wie Bill Gates total toll findet, weil die so viel für die Menschheit tun. Fragt sich immer, was die für die Menschheit tun. Ja, man kann es ja auch so sehen. Also man kann es auch so sehen. Also die Menschen, die dann übrig bleiben, nachdem Bill Gates dann irgendwann, wenn der dann irgendwann mal fertig ist mit dem, was er da vorhat, dann könnte man sagen, die paar Leute, die dann noch übrig sind, wenn nicht alle dann komplett durch irgendwelche Genmanipulationen völlig degeneriert sind, für die hat er dann vielleicht eine bessere Welt übrig und da ist er dann auch der Philanthrop, meine ich natürlich. Keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach zu wenig Muttermilch bekommen. Wir wissen es nicht und ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Ja, und Silensky ist natürlich auch mit dabei, vermutlich, um vielleicht noch den ein oder anderen Milliardär zu überreden, für ihn in seine Panzerleidenschaft zu investieren. Und auch da empfehle ich dem lieben Silensky, es gibt von Revelle, kennt ihr die noch? Da gab es so Panzer und Flugzeuge und alles Mögliche, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und auch später noch die ganzen Modelle. Die kann man dann so zusammenkleben und sich irgendwo hinhängen oder irgendwas. Also vielleicht einfach mal ein anderes Hobby suchen, was weniger andere mit einbezieht, wo es dann nur um einen selbst geht. Das würde ich mir bei den anderen auch übrigens wünschen. harmlose Hobbys, wo es nicht darum geht, Entscheidungen über andere zu treffen, sondern einfach, ja, die können sich doch ausleben. Mit so viel Geld, meine Fresse, was könnten die alles Gutes tun, also wirklich Gutes tun oder müssen sie auch noch nicht mal. Sie können auch einfach irgendwelchen Hobbys nachgehen. Mit der Kohle müssen nie wieder arbeiten, müssen sich um nichts mehr Gedanken machen. Dann sollen sie sich doch auf ihre Insel da verkrümeln und dann meinetwegen da den ganzen Tag Revellkriegsflugzeuge zusammenbauen. Gar kein Problem. Aber das reicht dann halt leider nicht, weil wenn man dann auch merkt, ich habe die Möglichkeit, ich kann ganz viel manipulieren. Ah, ich habe ganz viel Geld, jetzt kann ich mir die Medien kaufen. Ah, ist das toll und spannend und aufregend, ne? Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass viele von denen vermutlich auch Probleme mit sich selbst haben. Und wer sich selbst nicht liebt, der liebt halt auch die anderen nicht. Nein, und das ist kein Zitat von Jesus, sondern das gab es auch schon vorher. Ja, und der ganze andere Mist, finde ich teilweise relativ langweilig, da irgendwas mit Saudi-Arabien und Konflikte und Besuche und tralala und irgendwie Vereinigte Arabische Emirate und da irgendwas mit Katar und boah, ey, wahnsinnig langweilig. Ne. Ich finde es sowieso komisch, warum müssen die sich sowieso in alles und überall einmischen? Also die Welt wird ja nicht besser. Ja, also wir sehen ja von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, dass es eigentlich immer hässlicher wird, je mehr solche Leute da irgendwo rumtüfteln in ihren kleinen Garagen und dann später irgendwie Milliardäre werden. Es ist irgendwie, passt das alles hinten und vorne nicht zusammen und das, was uns hier verkauft wird, ist nicht das, was drin ist. Und das ist bei nichts, weder bei ihren Produkten noch bei dem, was sie sagen, wahrscheinlich auch, ja, bei allem anderen auch, was diese Leute so umgibt und was sie darstellen und überhaupt. Ja, und dann Emmanuel Macron, der war ja auch da, ganz toll, hat da seine Rede abgehalten. Ich frage mich sowieso, hören die dem überhaupt zu? Also der redet da irgendwas, ja, bla bla, schön, die Politiker auch. Am Ende geht es ja nur darum, meiner Meinung nach, das ist das, was ich vermute, ich erahne es, ich erschwurble es. Das, was ich erschwurble, wenn ich in meine Glaskugel schaue, ist das, was ich sehe in meiner Glaskugel, dass es da eigentlich nur darum geht, Leute zu kaufen und Interessen durchzudrücken, ja, um eben die Politik zu kaufen. Aber das ist nur das, was ich in meiner Schwurbelglaskugel sehe. Hier, wahrscheinlich ist es ganz genau andersrum, es geht wirklich um Philanthropie. Es geht darum, diesen Planeten besser zu machen, zu einem besseren und einem schöneren Planeten, wo alle Lebewesen frei und ungehemmt ihre Pädosexuelle, ja, nee, Quatsch, ihre Freiheit ausleben können und wo niemand mehr diskriminiert wird, außer natürlich bestimmte Leute, die sich dagegen richten. Das ist ja klar, das ist ja auch logisch, ja, und insofern, ja, finde ich, und das ist auch ein Vorschlag, denke ich mal, der beim WEF durchaus Anklang finden würde, sollten wir doch einfach die KI entscheiden lassen, die wir natürlich vorher durch Leute aus dem WEF programmieren lassen, damit auch nichts schief gehen kann, ja. Und genau das ist ja auch ein Thema, was dort eben besprochen wurde, KI und Biotechnologie zusammen, innovativ, irgendwie sowas, ja. Und da gibt es ja auch diesen Link oder diesen Neuro-Link und was da Elon Musk da auch irgendwie erfunden hat oder angeblich oder seine Leute oder die, die halt bezahlt, diese ganzen Söldner, die diese ganzen Spielereien halt letztendlich dann auch erfinden für die Milliardäre, weil die selber, die können ja nichts. Also klar, die können schon was, die haben es drauf, andere zu manipulieren und Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das schon, aber die ganzen Erfindungen stammen ja von anderen Leuten, die bezahlt werden, diese ganzen Erfüllungsgehilfen. Vielleicht auch Leute, die es auch gut meinen, die denken, ja, vielleicht kann ich da jetzt mal meine Ideen mit reinbringen und dann wird die Welt wirklich besser und dann werden sie enttäuscht und, ja, sehen die Welt dann mit anderen Augen, aber dann sind sie auch schon nicht mehr am Drücker. Deswegen brauchen wir immer neue, junge, innovative Menschen, die noch nicht enttäuscht worden sind, die wir noch enttäuschen können, abziehen können und dann hinterher später ersetzen können. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass da immer mehr Leute nachrücken. Also die sind ja Verbrauchsgegenstände, Verbrauchsgoyim, könnte man auch sagen. Und daher ist es halt wichtig, dass wir auch da Lösungen finden. Ich bin auch für so eine ganz gezielte Geburtenkontrolle, wo Menschen dann eben auch in so Kokons gezüchtet werden, so ein bisschen wie bei Matrix. Und da kann man dann letztendlich, kann man die sich ja auch so bauen, dass sie eben auch funktionieren, dass sie eben keine Widerrede und immer diese Aggression und diese Nazi-Allüren, das müssen wir ihnen alles rauszüchten, damit sie einfach funktionieren. Und man, die sollen doch einfach nur das tun, was die reichen wollen. Ganz einfach, das kann doch nicht so schwer sein. Also um das Ganze mal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, diese ganzen anderen Themen, die können wir uns auch noch irgendwie, die können wir uns klemmen. Weil, was weiß ich, nukleare Sicherheit, Ernährungssicherheit, Bestätigung des Kriegsendes und was weiß ich, nicht alles. Das sind sowieso alles nur so Eiertänze um irgendwas rum. Und am Ende wird da sowieso was entschieden, was für die wirtschaftlich interessant ist. Das klingt erstmal, es soll ja nach außen auch nur gut klingen. Da sollen ja die Mainstream-Medien aufnehmen, beziehungsweise die kriegen ja dann noch ein bisschen was bezahlt dafür, dass sie das dann senden, wahrscheinlich. Ja, und dann erzählen die da irgendwas, was die halt wollen. Und jetzt gerade wollen sie halt, dass die Mainstream-Medien sagen, da ist nix, da passiert nix. Das ist nur Gerede. Da wird auch nichts entschieden. Also Leute, ja, das war mein Video über das WEF und das Treffen 2024 in Davos. Am Ende gilt eigentlich nur noch zu sagen, wenn wir alle nicht mitmachen, dann haben die nichts, womit sie spielen können. Weil wir sind ihr Spielzeug, die sehen uns als ihre Spielsachen an. Und wenn wir einfach sagen, nö, wir wollen dieses Spiel nicht spielen, wir spielen ein anderes Spiel, ein schönes Spiel, ein Spiel, was uns auch Spaß macht. Wie wäre es denn damit? Wenn keiner mitmacht, dann passiert auch nix. Und das ist eben in diesem Sinne, spielt euer Spiel und lasst uns damit in Ruhe. Und ich hoffe, ihr spielt alle friedliche Spiele. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit und wir hören uns dann im nächsten Video.